Hallo, herzlich willkommen bei GTA 5 Online. Heute spielen wir neue Affirmation Mode, Resurjection. Wir müssen die Gegner töten und ja, wenn wir die getötet haben, das ist ganz gut, aber wenn wir getötet werden, können wir nur wiedergebläht werden, wenn einer von meinem Team den killt. Ich bin mal richtig gespannt jetzt. So, ich habe die jetzt getroffen. Es ist noch eine da, glaube ich. Mal gucken, ein bisschen Geld liegen hier. Was seht ihr denn eigentlich? In den Container hier. Wir gucken mal im Hoch drauf. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wo ist er denn? Ist einer tot? Ei, 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 ei. So, die haben auch getötet. So. Meine Fresse, da ist er, da läuft er auch. Komm, wir müssen ihn mal killen. So, auch getötet. So, der geht jetzt ja langsam voran. Siehst du, was der Video überlebt? Und wir haben einen Punkt gescored. Richtig gut. Alter. Das ist ein neuer FFM-Mode. Und ja, ich muss mal, ich habe den Video jetzt für das zweite Mal spiel ja jetzt. Und ja, mal gucken, wie der läuft. Ich muss mich ja richtig konzentrieren. Ja, der ist gestorben. Oh, ich bin eben schon wiederbelebt. Ich habe jetzt ein ganz gutes Team. Mal gucken. Oh, die sind echt schön am Schießen hier. Ja. Ja, komm. Mal gucken, wir gucken da mal kurz, ob die ... Alter! Was hat er jetzt? Fuck! Okay. Wir sind jetzt ... Wir haben schon einige schossen. Wir sind jetzt noch mit 4. Wir sind noch eine ganze Gruppe da. Ich muss sagen, die EFM ist schön gedacht worden. Mal gucken, ob wir das da irgendwie schaffen, das zu töten. Wir spielen irgendwie 3,5 Runde Runden. Jede Runde haben wir müssen die 5 Punkte scoren. Das heißt, wir müssen 15 Runde gewinnen. Da sind wir Matchwinner. Und wir haben schon 2,0. Das ist richtig gut. Oh, es regnet auch. Richtig scheißwetter. Achso, was ist denn gerade? Wie soll man hier stehen? Was ist denn jetzt? So. Boah, ich schieße den mal ab. Boah. Ich bin alles abgeschossen hier. So. Wir haben schon eine wiederbelebt. Gucken wir mal, da ist ja wieder eine rote da. Doch, ist auch wieder gestorben. Und wir haben 3,0. Und ja, die schießen noch richtig da. Gucken wir mal weg. Alter, was macht der da? Weg hier. So. So, die haben auch gestorben. So. 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 Okay. Mal. Auch gestorben. Ach. Und äh. Da gehen wir wieder. Und, äh, Alter. Hab ich schon Runde gewonnen? Äh, heftig, oder? Und wir sind irgendwie Zweiter geworden. Six Kills. Oh, das ist ja ganz gut, muss ich sagen. Ganz gute Sache gemacht. Rejection. Ja, seit ein paar Tagen neu. Und, äh, ja, mal gucken, wie das geht. Ich hab schon zwei Maps gespielt. Ich hab auch gegen diese, äh, mein Team jetzt gespielt. Aber, die waren so gut irgendwie. Ja, mal gucken. Rejection 5. Und ich hab richtig Spaß. Und wir gucken mal, ob wir ja irgendwie schön nach töten können, ohne zu schießen. Ich will mal hinterher. Aber wir müssen uns da irgendwie hinter dem Container halten, so. Alter. So, das ist schon ein Video belebt. Was ist er da jetzt? Oh, wir haben fast kein Leben mehr. Was ist er jetzt? Was ist er jetzt? Ah, da ist er. Mal gucken. Ja, wir haben auch gestorben. Super. Fuck. Ja, leider ist er wirklich gestorben. Jetzt ist sein Team wiederbelebt worden. Jetzt können wir mal auf die Map gucken. Jetzt ist es 3 gegen 2. Mal gucken. Mal gucken, ob das irgendwie... Ja, schon wiederbelebt. Mal gucken. Wo ist er jetzt? Er läuft irgendwie rum. Was ist er jetzt? Wer ist da? Ja. So, gestorben. Hahaha. Alter. So. Assistant Kill. Richtig gut. Nice. Haben wieder einer gestorben. Jetzt sehen wir irgendwie gleich gegen 4 oder was? Ja, wir spielen jetzt... Alter. Was ist er jetzt? Er war gerade hier. Ja. Shooter. Fuck. Ja, jetzt ist er schneller. Meine Fresse. Meine Fresse. Okay. Ich bin schon wiederbelebt worden. Okay. Okay. Und jetzt? Was sind wir jetzt? So. Ist auch wieder einer wiederbelebt. Und wir haben den Runden schon wieder gewonnen. Richtig gut. 2,5 jetzt. Super. Jetzt. Das ist so wie Counter-Strike, sagt man so. Aber noch schöner. Ah, der hat einer geschnitten. Hier, da ist er. Fuck. Ah, wir haben schon noch 100 gewonnen. Okay. 3,5. So, komm. Schnell, 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 schnell. What? What? Mal, ich bin richtig gespannt. Das ist richtig gut, glaube ich. Oh, man. Jetzt 2 gegen 2. Die eine bleibt dahinter irgendwie. Komm. Ich bin jetzt der Nächste. Ich bin schon am Blinken rechts auf der Map. Das heißt, ich bin der Nächste, der wegen dem Video belebt wird. Ja, der ist ja fast da. Was macht der jetzt? Schieß doch mal. Oh. Leider haben wir eine Runde verloren. Ich kann mich schön verstecken. So, einer kaputt geschossen hier. Schöne Röschchen. Ah, der ist schon auch getötet. 4,1. Okay, da kann ich schnell. Oh, da haben die keinen Bock mehr, oder was? So. Wir gehen dann wieder nach hinten. Mann, weil wir fressen. Jetzt erwartet, da regnet er ja richtig. Okay. Und? Runde Gewinner? Das geht nicht mehr schnell, oder? Alter, das ist schwer. Ich bin hier als dritter geworden. Ich habe nicht so viel Geld gemacht. Wir sind so zwei gegen vier. Jetzt ist schon einer wieder geläfftet. Einer. Eins gegen vier. Ja, der sieht ja gar schlecht aus. Ja, egal. Na, die hat keinen Bock mehr. Wir haben da richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ja, schöner, schöner, schöner Runde wieder. Ich kann mich schön verstecken hinter dem Container und so. Und? Geht's noch los? Nächste Runde, oder? Ist vorbei. Ja, da sind wir wieder. Runde drei. Das heißt, das können wir ja unsere letzte Runde sein. Das haben wir schon den Match gewonnen. Aber ich habe noch eine da. Das heißt, das heißt, das kannst du vergessen. Das wird ganz einfach sein, weil das gibt's alleine. Beine Fresser. Ja. Also, bin ich wieder zurück? Oder bin ich schon wiederbelebt worden? Ja, da kann ich es sehen. Ich kann es nicht selber wiederbeleben, der Team. Die hat sich nochmal vier gegen eins. Ich glaube, wir haben ein Match gewonnen, weil... Alter, was ist das denn? Was ist der denn jetzt? Fuck! Meine Fresser, ich muss nicht so schnell sein. Meine Güte. Ja, ich bin 2-0. Das geht ja ganz gut eigentlich. So. Aber was sind die? Wo ist der jetzt? Jetzt müssen wir nicht so schnell gehen. Okay. So. Ich bin ein Kill gemacht. 3-0. Noch 2. Dann haben wir die Match gewonnen. Oh, das ist ein ganz schöner F40-Mod. Da hat man mal schön gesehen, wie der läuft. Okay. Letzte Runde, da haben wir, glaube ich, den Match gewonnen. So, was ist der jetzt? Er läuft hinter dem Container. Ja, da läuft der schon. Da kommt er an. Und... So, ich habe mir jetzt gefallen. Da war ein neuer, schöner Aversion-Mode. Research injection. Ja, mal was Neues. Und, ja. Vielleicht sehen wir uns mal in der nächsten Runde auf GTR 5. Und da können wir mal gucken, ob die Gesamtwertung, wie das war. Ja, jetzt nie viel Geld gekriegt, aber egal. Okay, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.